Zoink EA Originals Thunderfall Und damit willkommen zum Let's Play von Lost in Random Ja, alles dreht sich hier in dieser Spielwelt um den Zufall Und ja, egal ob es das Herz der Karten ist oder doch das eigene Würfelglück Ja, und das Ganze hat irgendwie so einen leichten, märchenhaften Touch Erinnert mich so von der Optik her und alles sehr an Alice Madness Returns zum Beispiel Und deswegen hat dieses Spiel auch gleich mein Interesse geweckt Und kann mich hier an dieser Stelle auch bedanken bei EA, die mir dieses Spiel kostenlos zur Verfügung gestellt haben Damit ich es euch präsentieren kann in ganzer Länge Deswegen starten wir hier direkt ein Spiel Neues Spiel Und dann mal gucken Super Oh, vielleicht Vielleicht auch nicht Vielleicht habe ich aber ein schlechtes Befugt Ja, kenne ich von Monopoly Ja, ich bin der Würfel Ja, ich bin nicht der Würfel Egal Hol dir die Würfel-Energie Okay Ein Würfel braucht natürlich Energie Okay Äh, hallo, hallo, hallo Juhu Kann ich dich hauen? Ich kann dich hauen Okay, ihr seid nicht so schlimm Ich kann das auch halten und dann mache ich da keinen Angriff Warte, warte Warte Bam Okay, ich kann mit Reik werfen Moment, Moment Was kann ich denn da werfen? Der Würfel Ah Ich habe eine 6 gewürfelt Das ist ja gut Oder eine 2 Ich weiß es nicht Okay, jetzt haben wir die Würfel-Dimension Wo hier alles Zeit stehen bleibt Und ich habe jetzt einen Hammer statt ein Schwert Okay Halt den Quadrat für einen Waffeneingriff Okay So, ich fahr grad dran Der Hammer ist nur ein bisschen schwer Streitkölben, wie auch immer Oh, der ist heftig Heftig ist das Ups Okay Du kriegst einfach so einen Auf den Deens Das hätte auch ins Augen gehen können Ich werde ihn der Get Get Watch out No But that was in the era of the dice wielders And like all eras It too Would come to an end Fading into Legende und Mysterie. Lange lebe Wendem! Unsere Geschichte beginnt später. In Woncroft. Ein kleines Stadt, entzündet von Menschen, die niemals eine gute Hand haben. Achtung, Wanners! Ich bin die König. Und meine Dark Dice, will decide YOUR FATE. RANDOM RULE! See that, Bernard? You're a Sixer. Oh, wow! I'm gonna live in the Queen's Dream Palace for the rest of my- Nuh-uh. You're a Dirty Three, doomed to a life of fighting and misery. That's cheating! So is having an almighty dice, Snake Eye. Stop, you guys. Wrap this up. We should really get going. It's just a game, sis. Even, I promised Mom and Dad to get you home. The Queen! It's the Queen! Hey! Was that really necessary? Come on, hurry up! Now we really have to run! Okay. Okay, die Menschen in random werden also in Klassen oder sowas unterteilt, ja? Je nachdem, was für einen Würfel-Click sie hatten oder wie wird das beschlossen. Tag des Würfels! Voll Gott! Ja, sofort! Ich muss aber erstmal gucken. Ist doch alles hier, ne? Dies, dies Comic-Look-Abstrakte-Gedöns. Ich muss doch gucken, was haben wir denn hier? Auf jeden Fall, hier haben wir die Teepatte und kriegt da Welten. Vielleicht grüßen. Okay. Och! Aber keine Spinnen, ne? Dann seid ihr also Freunde. Ke- Kei- 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 Kei dir? Ich wollte nur mal gucken, ob ich dir guten Tag sagen kann. Ich sollte es auf jeden Fall nicht. Okay. So. Schon einmal effektiv gestorben. Etwas in Art. Dann folgen wir halt weiter Ort. Ort wird's richten. Guck guck! Kann ich hier lang? Guck mal. Was macht ihr denn hier? du hast ziemlich kleine hände kommen vom schlechten würfelglocken ja ist ja ich sag die haben alle so kleine hände ne kein wunder ist so schlecht würfeln was soll ich dann schleuder na dann ziehen wir da drauf ja das sieht doch gut aus ja ich bin in quadro sind so viele menschen ich wollte ja nur mal gucken also jetzt ist nicht der richtige zeit zum gucken ja was habt ihr da für krumme kerzen hatten die kerzen auch so schlechtes würfelglück oder was ist das ob die kerze wirklich gerade geht die hier fehlen die sechs aufgehend wow ok ja ich gehe schon ich gehe schon ich gehe schon ich gehe schon die hier die 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 auch auf dem haben und das die Wenn ich jetzt da weitergehe, werde ich entdeckt, ja? Oder auch nicht. Okay. Okay, dafür ist das Funkeln. Also das sind also Punkte, an denen ich etwas tun kann. Okay, die Würfe bestimmen also unsere Zukunft. Guck nur, ob es hier irgendwie was zum Sammeln gibt, was man irgendwie leicht verpassen kann oder so. Nicht da lang, okay. Okay. Gut, soweit, so abartig. Lange lebe, Random. Ja, mal abwarten. Bisher leben wir in einer Müllhalde. Ich weiß nicht, ob das das große Random ist, von dem alle preisen. Even, Odd, where have you been? We've been worried sick. I'm sorry, Dad, I try to. There's no time. She'll be here any minute. Quick, get down. Ich glaube, das war nicht ihr Wunsch. And the Queen said, every child of 12 years shall throw this supreme dice, and so it was. For Random is fair, Random prevails, and Random rules. Random rules. Be grateful, child, that the Queen herself is here for your special day. Now roll that dice, and let's see what kind of person you truly are. Wieso ist die Sechse neben der Eins? Was ist das für ein Wurfe? Wenn sie ein Einser gewesen wären, wäre sie hier geblieben, ja? Und wir sind im Traumland. Irgendwo, nirgendwo. Da ist ein Licht. Hallo Licht. Ich finde das ja auch voll schön, von der Grafik her und allem. Ich mag den Stil sehr. Da vorne soll ich hin. Ist das ein Geist? Sind das Haare? Ist das meine Perücke? Was? Was? Es hat Leuchtaugen? Und da? Odd, I'm gonna find you, okay? Okay. Dein Ästereid, was war da jemand? Odd, I'm here, sis. I'm coming, Odd. Da weint sie. Odd. Odd, hey, was geht ab? Kein Grund zu weinen. Schon ein bisschen merkwürdig alles, aber gut. Und jetzt haben wir diesen Geist. Eine Realität. Eine Realität. Und wusste, das war das gleiche Haus, das sie lebte in ihrem gesamten Leben. Aber etwas sehnte, etwas sehnte, etwas sehnte anders. Oder war es einfach, dass sie sich verändert hat? Hm. In den Jahren um ist, dann ist sie jetzt vielleicht auch älter. Ist sie jetzt auch zwölf, oder? Ich hab keine Ahnung, wann haben die denn Geburtstag? Ich hab keine Ahnung. So. Auf jeden Fall sind hier diverse Bilder an der Wand. Oh. Deswegen, ne? Die sieben Weltmeere. Im achten ertrinken sie alle. Sieben Partys und die achte, da singt halt das Schiff. Okay. Wen haben wir hier? Einsfelden, ne? Das ist mir vorhin schon aufgefallen. Heißen die anderen Orte an Zweifelden und so? Das ist schon eine geile Erfindung, ne? Geschnittenes Brot. Okay. Ja, das macht Sinn. Niemand wollte den Rest davon sehen. Will die Königin alles, dass das alles einfach in random bleibt. Ja, was in random geschieht, bleibt in random. Okay. Fünfstadt. Okay. So, was haben wir da? Warum? Okay. Also eine Handwerker. Klar sind die Eltern. Schlafen und schnarchen. So ein bisschen. Ich mag das, ne? Mit dem Erzähler. Wenn ich jetzt da hin und durch die Tür durch... Ich denke mal, das ist wahrscheinlich einfach nur der Raum von Odd. Das wird bestimmt Ortsraum sein. Okay. Eine Schmiedeküche oder was? Und da begegnen wir den Schattenmann noch irgendwann. Eine Schleuder, die liegt hier schon seit einem Jahr. Die Attacke ist nicht so effektiv. Okay. Okay. Und da ist Plüschi. Okay. Okay. Gute Nachtgeschichten erledigt, okay. So, das heißt, jetzt fangen wir mal so langsam an mit dem Spiel, ja? Folge der Gestalt. Ich versuch's. Ah, mit L1 kann ich spielen. Ein Nachtwächter, oder was bist du? Warum hast du vier Augen? Und wer ist Paul? Hast du ne Quest? Ähm. Ähm. Ich bin einem, ich weiß nicht, was es ist, aber es ist wichtig. Oh, darling. Du denkst an deine Schwester, nicht wahr? Ich fühle dich, Kind. Ich mache es. Aber sie ist jetzt ein Jahr weg. Du verkehst meine Zeit, bewegt dich. Ich muss an dir vorbei, Astrid, bitte. Ah. Die Sparke in deinem Augen sagt mir, du bist nicht vollständig. Und ich weiß nicht, wie wichtig die Imagination kann sein. Okay, okay. Ich werde aus deinem Weg gehen. Aber nicht sagen, deine Eltern, dass du mich sahen. Entschuldigung? Danke, Astrid. Du bist die Beste. Du bist sehr willkommen, junge Frau. Du musst ja auch freundlich sein, ne? Und stehe weg von den Auskürten. So, hin und wieder. Okay, von außen wird zurück in Fernheit. Kannst du hier auch weggehen? Nein, okay. Nein, halt nicht. Okay. Hey, ich hänge fest. Wenn man einfach zu sehr an irgendeine Kante rennt, ne? Doch der Geist wollte nicht warten. Der Geist brachte uns in die nächste Folge. Auch wenn Even ein bisschen ungeduldig war. Aber hey, wir schauen mal, wohin uns der Geist bringt in der nächsten Folge von Lost in Random. Bis dahin. Viel Spaß noch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dann. Und bis dann.